Mit Geld kann man Glück nicht kaufen, aber dafür Schokolade, Schuhe oder schöne Reisen und das ist doch so ziemlich das Gleiche wie Glück. Herzlich Willkommen bei Moneymaker und viel Glück hat jetzt hoffentlich die Birgit aus Gnas Steiermark. Herzlich Willkommen, Stimmt das Birgit, Sie reisen ja gerne. Ja genau. Da bin ich mal gespannt wohin die Reise jetzt geht. Diese bitte. Jawohl und Gewinn mal zwei. Tolle Destination, was ist es nicht geworden. Hier die 30 Sekunden und die 40 Sekunden Scheffeln. Jetzt ganz entspannt Birgit, ich bin sehr interessiert daran. Wohin geht die Reise? Zu einem kleinen Wanderurlaub auf die Teichalmen. Kommt da wer mit? Die Mama wahrscheinlich, wird der Mädelstag. Wie heißt sie? Die Maria. Großartig. Maria drückt die Daumen, da kann ja schon gar nichts mehr schief gehen. Ist es ja. Auch eine tolle Ausgangsposition mit dem Gewinnverdoppler und hier ist das Startkommando mit. Auf die Scheine, bitte los. Die Teichalmregion ist das Kernstück des steirischen Almenlandes. Möglicherweise werden Birgit und Mutti Maria, die jetzt gerade vor dem Fernseher die Daumen drückt, bald gemeinsam von einer Alm zur nächsten wandern. Birgit hat aber nicht nur die Mutti zum Anfeuern, so hoffen Robert ihr Schatz und Flo ihre Katz in dem Feld mit der Taz auf ein tolles Schäffel-Ergebnis. Gehen die beiden nämlich nicht leer aus, wenn alles besonders gut geht. Auch natürlich, und da sieht man sie wunderschön, die Schlussposition. Und wir wissen, nach dieser kommt natürlich das berühmte Geldzählen und in der Zwischenzeit spielen wir wie gewohnt um den goldenen Wiener Philharmoniker. Und hier sind zwei Herren heute am Werk und zwar auf Leitung 1, der Martin aus Radentein, natürlich Kärnten und aus Judenburg Steiermark, der Gerhard. Schönen guten Abend. Guten Abend. Martin, bitte gleich um das erste Symbol. Acht. Acht, gerne. Und ein Philharmoniker-Gänstern, Gerhard. Nehme ich die Raute. Nehmen Sie die Raute und ich drücke die Raute und es ist ein goldener. Herzliche Gratulation. Jetzt geht es aber wirklich rund. Neun. Neun, bitteschön. Und ja, ein wahnsinnig schnelles Spiel. Martin, er kommt von Wien nach Kärnten. Freilich. Gerhard, da hat es leider nicht funktioniert. Aber Sie wissen, bis 25. August ist es noch möglich anzurufen und mitspielen zu können. Und so lange brauchen wir jetzt nicht für das Ergebnis. Für die Birgit und die Mutti, da kann der Almenurlaub wahrlich kommen. Mit dem Gewinnverdoppler gibt es 7200 Euro Gewinn. Tja, auf der Alm, da gibt's kein Sünd. Bis morgen wieder bei Moneymaker.